Bär Bahnsicherung Bär Bahnsicherung plant, projektiert, realisiert, montiert und prüft Eisenbahnsicherungsanlagen. Und dies seit über 25 Jahren. Während am Anfang die Projektierung von Domino-Stellwerken im Vordergrund stand, ist Bär heute in allen Projektphasen der Dienstleistungskette aktiv, auch in der Montage von Innen- und Aussenanlagen. Der Name Bär Bahnsicherung steht für massgeschneiderte Lösungen. Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir optimierte Projekte und setzen die gesetzeskonform um. Bei uns ist die Kommunikation ein ganz wichtiger Bestandteil und der Spass bei der Arbeit. Spass wollen wir haben, und das ist wirklich eine Eigenschaft, die die Firma hat, dass wir das Kulturelle auch ganz weit im Vordergrund setzen. Das zeichnet Firma Bär aus. Bär Bahnsicherung verfügt mit rund 80 Mitarbeitenden und mehreren Firmenstandorten über eine optimale Grösse. Das Fachwissen verteilt sich breit auf die Mitarbeitenden, was eine flexible Ressourcenplanung und ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld ermöglicht. Das Unternehmen Bär hebt sich von anderen Unternehmen ab, dass sie eine sehr schlanke Organisationsstruktur haben, dass sie sehr dynamisch sind. Doch das haben wir sehr schnelle Entscheidungen. Es ist für uns lässig, mit den Bär-Mitarbeitern zusammenzuschaffen. Sie sind innovativ, sie suchen Lösungen mit uns zusammen, sind immer kundenfreundlich, sind flexibel. Und das macht natürlich Spass für ein Unternehmen wie die Räte sparen. Der interne Wissensaufbau und Erhalt, sowie die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters, ist Bär ein wichtiges Anliegen. Hierbei kann Bär auf erfahrene Spezialisten zählen, welche ihr Wissen weitergeben. Ebenso wertvoll für den Wissensaufbau sind die Bär-Fachkurse und die neuen Ideen, welche eingebracht werden. Auch bei der Technik ist eine abwechslungsreiche Bandbreite vorhanden. Alte Bandschaltwerke existieren heute neben modernsten computergesteuerten Anlagen, was das Arbeitsgebiet vielseitig gestaltet. Bär bietet eine Vielzahl an Arbeitsbereichen. Ingenieure, Monteure, Projektierer, Sicherheitsprüfer, Planer und weitere Berufsgruppen arbeiten gemeinsam an den Projekten. Der unkomplizierte Umgang untereinander als auch eine entspannte, aber konzentrierte Zusammenarbeit sind Bestandteil der Bär-Philosophie. Bär-Bahnsicherung setzt alles daran, damit sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und eine optimale Arbeitsqualität erreicht wird. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie sich engagieren und dass sie ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Sie gibt es das für sich selber, für ihre Arbeit, die sie abliefern müssen, aber auch für ihre Arbeitsstelle und für ihr Arbeitsumfeld und damit für die ganze Firma. Sollten wir ihr Interesse für unser Unternehmen geweckt haben, freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme.